Hallo, wir sind aus der Schweiz und wir reisen durch Indien und sind jetzt für zwei Tage in Tekadi im Greenwood Hotel. Es gefällt uns wahnsinnig gut. Ich war auch schon vor zwei Jahren schon mal hier und auch letztes Mal, es war alles wirklich wunderbar. Also ich kann das Hotel nur weiterempfehlen. Es ist ganz schön hier. Ja, für uns, für mich ist das Gleiche zu sagen, wir haben hier ein wunderbares Hotel getroffen, das sehr viel Wert darauf legt, ökologisch das Ganze zu betreuen. Entsorgung, Reinigung und all diese Sachen werden sehr genau gepflegt und gemacht. Unser Hotel hat sehr tolles Personal, die kümmern sich bestens um uns, vor allem unsere Nimeschen. Die macht ihren Job perfekt. Wir werden rundum betreut und wenn irgendetwas Fragen anstehen, kann es uns gerne immer weiterhelfen. Sonst ist es allgemein, wie gesagt, wunderbar. Hier ein grüner Fleck. Ich kann es nur weiter empfehlen. Ich kann noch was sagen. Die Zimmer sind sehr gross und sehr sauber, werden auch sehr sauber geputzt und der Speisesaal ist sehr schön und das Essen ist vorzüglich. Also wirklich wunderbares indisches Essen. Und wie gesagt, das gefällt mir so gut. Ich hoffe, ich kann noch einmal hierher kommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.